Hallo ihr Lieben, als dritte Sequenz für den Abend habe ich mir überlegt mit euch eine Tiefenentspannung zu machen. Das ist eine wunderschöne Sache, um einen richtig dolle anstrengenden Tag hinter sich zu lassen. Dazu müsst ihr euch hinlegen, ihr könnt euch auf den Boden legen, ihr könnt euch auf die Yogamatte legen, ihr könnt euch auf ein Sofa legen, ihr könnt euch aufs Bett legen, wo es euch bequem ist. Yogamatte ist eine bewährte Unterlage, weil sie ist nicht zu hart und nicht zu weich, aber man kann es genauso gut im Bett machen. Probiert es einfach für euch aus. Wichtig ist, dass ihr nicht friert, dass ihr warme Socken anhabt, dass ihr zugedeckt seid, dass der Raum warm ist, was auch immer. Und ja, los geht's. Legt euch hin. Ich werde jetzt noch das Licht anlassen, nachher werde ich es ausmachen, weil ihr mich nicht sehen müsst dafür. Wir starten mit der progressiven Muskelentspannung. Und ja, wundert euch nicht, habt mein Headset auf, weil ich habe so eine leise Stimme und ich erhoffe mir jetzt einfach davon, dass das Mikro hier ein bisschen mehr Bums überträgt, damit ihr mich gut hören könnt. Legt euch hin und los geht's. Zieht den rechten Fuß zu euch, hebt das rechte Bein ein paar Zentimeter vom Boden ab und ihr spannt ganz fest an, spannt ganz fest an, spannt ganz fest an und loslassen. Dasselbe jetzt mit dem linken Bein. Ihr zieht den linken Fuß an, ihr hebt die Wade ein paar Zentimeter vom Boden und ihr spannt an, ihr spannt an, ihr spannt an und loslassen. Jetzt hebt ihr den Po ein paar Zentimeter vom Boden und ihr spannt an, ihr spannt an und loslassen. Ihr ballt die Hände zu Fäusten und hebt die Arme ein paar Zentimeter vom Boden und ihr spannt an und ihr spannt an und ihr dürft loslassen. Jetzt den Brustkorb, den Rücken ein paar Zentimeter vom Boden heben und ihr hebt ihn an, ihr hebt ihn an, ihr hebt ihn an und ihr spannt an und ihr zieht die Schulterblätter hinten zusammen und ihr spannt an und spannt an und spannt an und spannt an und dürft loslassen. Jetzt zieht ihr die Schultern zu den Ohren ganz fest nach oben und halt noch mal die Hände zu Fäusten und ihr spannt an. Nein, ihr könnt jetzt mal die Hände strecken und ganz weit auseinander zieht die Schultern zu den Ohren und anspannen und anspannen und anspannen und anspannen und loslassen. Jetzt zieht ihr das Gesicht zu einem ganz runzligen Rosinengesicht zusammen, als ob ihr vielleicht auch in eine Zitrone gebissen hättet und ihr zieht alles zusammen und ihr spannt an und ihr spannt an und ihr spannt an und ihr dürft loslassen. Jetzt reist ihr die Augen auf, richtet den Blick nach hinten, hebt den Kopf dafür ein Stückchen an und schaut nach hinten und reist den Mund auf, streckt die Zunge raus und macht ganz laut und loslassen. Jetzt dürft ihr euch bequem hinlegen. Ich mache das Licht aus. Legt euch in Shavasana. Das ist die Totenstellung. Die Beine sind hüftweit oder weiter gespreizt. Die Füße kippen nach außen. Die Arme sind ein Stück vom Körper weggespreizt. Die Handflächen schauen nach oben. Ihr schließt die Augen. Und ich gehe jetzt mit euch durch den Körper. Und was ich ansage, könnt ihr ein bis zwei Mal auch im Geiste für euch wiederholen. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Waden. Meine Waden sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Oberschenkel und meinen Po. Po und Oberschenkel sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Finger und meine Hände. Meine Finger und Hände sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Arme. Meine Unterarme und meine Oberarme sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Bauch, meinen Rücken, meinen Brustkorb, meine Schultern. Mein Oberkörper, Bauch, Rücken, Brustkorb und Schultern sind ganz entspannt. Ich entspanne mein Gesicht, Hals, Nacken und Schädel. Gesicht, Hals, Nacken und Schädel sind vollkommen entspannt. Und nun stellt ihr euch vor, wie ihr barfuß auf eine grüne, was saftige Wiese gelangt. Ihr setzt ein Fuß nach dem anderen in das leicht feuchte Gras. Ihr spürt beim Auftreten, wie euch die Grashalme umspielen. Und beim Abrollen des Fußes zwischen den Füßen, zwischen den Zähnen kitzeln. Ihr spürt die leichte Kühle von der Feuchtigkeit des Grases. Und schaut nach oben in den Himmel. Die Sonne scheint. Ein paar Wolken ziehen vorbei. Vögel zwitschern und fliegen. Und irgendwas zieht euch weiter. Weiter die Wiese entlang. Sie geht einen leichten Hügel hinunter zu einer kleinen See. Und ihr gelangt an diesen See. Gelangt ans Ufer. Ein leicht sandiges, leicht steiniges Ufer. Erwartet euch. und es geht ganz sanft ins Wasser über. Ihr benetzt eure Füße mit dem kühlen Wasser des Sees. Und oben wärmt euch die Sonne mit ihren Strahlen. Gleichzeitig weht eine sanfte Prise und kühlt eure Nase, eure Ohren. Am Rande des kleinen Sees stehen ein paar Pappeln, die im Winde rauschen. Und ihr schließt die Augen und genießt einfach nur diese Prise, diese sanften Geräusche. Und lasst die Seele schweifen. Genießt in Stille. Genießt in Stille. Erwartet euch in die Sonne bei der Nase mit seinem Nase�� blau! Calian kommt ihn in der departur Europeского Wasserig! Vielen Dank. Vielen Dank. Gelangt wieder in eure Körper von dieser Reise. Bewegt sanft die Füße, die Fingerspitzen. Bewegt die Arme und regelt euch, streckt euch, reibt euch, gähnt, kommt wieder an. Und ich mache jetzt auch hiermit das Licht wieder an. Ja. Ich verabschiede mich hiermit. Ich wünsche euch eine geruhsame Nacht und würde mich über ein paar Kommentare freuen, wie es euch so ergangen ist. Mit meiner Meditation. Gute Nacht.